Zwischen Schwaben und Bayern. Wir sind in Bayern, du bist in Bayern geboren, du kannst das gar nicht ab, diesen Dialekt und das liebe ich so an dir, das klingt alles so ein bisschen smooth. Du bist absoluter Profi im Bereich Automobil, kommst aus dem Bereich Automobil und bist im Reisemobil-Importeur-Geschäft schon seit mehreren Jahren. Ja, das ist kein leichtes Geschäft. Du wolltest schon lange in Rente gehen, hast gesagt, nee, die nächsten zehn Jahre muss ich noch fliegen in die Türkei, nach Spanien und so weiter. Und du hast einen Markt erschlossen, der so langsam kommt, nämlich den spanischen Markt. Und die Spanier bauen in einer handwerklichen Fähigkeit, wie das, ich sag mal, in Deutschland, das gibt es in Deutschland nicht mehr. Du kannst die Sachen anfassen, du hast eine Qualität der Verarbeitung, das ist unglaublich, oder? Ja, wir müssen sagen, wir haben mit diesem Produkt Lamarca vor drei Jahren begonnen. Es war einfach eine Symbiose aus allem, was wir bis jetzt importiert haben, wo wir natürlich viele, viele, viele Kunden gefragt haben, wie soll denn ein Reisemobil ausschauen, wie soll die Haptik sein, wie soll sich alles anfassen. Und da sind wir an ganz neue Wege gegangen mit unseren Partnern in Spanien, haben auch ein eigenständiges Design entwickelt, eigenständige Grundrisse für Lamarca. Es ist auch immer, ich lese oft, Lamarca wird gebaut in der deutschen Gruppe, in einer französischen Gruppe ist alles falsch. Lamarca wird in einem Werk in Spanien gebaut und fast 60 Prozent des Werksauslastungen ist im Moment schon Lamarca. Und wir sehen natürlich auch den Erfolg und du stehst hier vor dem jüngsten Baby, den Lamarca 78 und 77. Das sind XXL-Fahrzeuge, auch vom Innenraum und da sind wir auch wieder neue Wege gegangen. Es geht darum, Menschen, die groß sind, ein Zuhause zu geben. Wir reden da nicht über 1,80 m, so wie wir. Ich bin 1,84 m, sondern wir reden über Menschen, die auch mal in 1,90 m, 1,95 m, 2 m sind. Und diese Fahrzeuge sind für große Menschen geeignet. Ja, wir haben hier neue Wege gegangen. Wir haben festgestellt, und das sieht ja jeder auf der Messe, dass das Fahrzeug immer für bestimmte Normgrößen gebaut wird, gerade wenn sie aus Deutschland oder aus Italien kommen. Das geht bei den Türen los. Wir haben hier schon XXL-Türen implantiert. Breite? Breite, die ist komplett über 68 cm. Und wir haben die Fahrzeuge auch XXL von der Körperform innen gestaltet. Du kannst hier ins Bett gehen, du hast vorne wie ein Tanzsaal. Wir haben die Idee eigentlich von einem großen Einrichtungs- oder Herrenmodenhersteller erhalten, der gesagt hat, ja, es ist ja alles immer schön und toll. Aber baute auch was, wo jemand mit Größe 60 Kleidergröße oder 66 rein kann. Und somit ist die Idee hier von diesen beiden Fahrzeugen entstanden. Ihr habt Dometic-Fenster eingebaut, die klar sind. Und das finde ich so genial. Du hast ein Licht da drin. Das ist so toll, weil nicht alle stehen ja permanent in Südfrankreich und brauchen dann, ich sag mal, extrem verdunkelte Fenster mit drin. Sondern wenn du hier reingehst und du bist, ich sag mal, im Norden unterwegs, ist jetzt leicht bewölkt, du hast viel mehr Licht. Und das geht auf die Psyche. Das heißt, du hast zu mir erzählt, also wenn alles immer dunkel ist, dann ist man müder automatisch, weil der Mensch auf die Helligkeit reagiert. Natürlich, das ist ja immer so eine Thematik. Durch das, dass Lamarca Wohnmobile auch extrem wintertauglich sind, bist du natürlich auch in dunklen Jahreszeiten unterwegs. Und was willst du haben? Licht, 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 Licht. Viele haben 80, 90 Prozent Tönung in den Fenstern drin. Das können wir hier mal gerade zeigen. Das ist so eine typische Rücktür in einem Kastenwagen mit drin. Das sieht von innen dann nicht so stark aus. Aber wenn du hier mal durchguckst, das ist ja eine Sonnenbrille. Da ist ja fast schwarz. Das ist für einen Kastenwagen, der hier, Fogo kommt, glaube ich, aus der Türkei. Da ist immer Sonne. Nee, wo kommt die her? Spanien. Spanien, so, die da ist. Aber ihr habt gesagt, da ja viele Deutsche das kaufen, ja. Wir machen jetzt mal hier eine Version mit Klarglas. Bekomme ich getöntes Glas auf Wunsch? Auf Wunsch natürlich. Aber im Moment sehen wir, dass diese Klarglas-Geschichte sehr, sehr gut läuft. Und ja, wir wollen es eigentlich auch beibehalten für die Zukunft. Ihr habt den Fahrzeugen ein komplett neues Außendesign gegeben. Fangen wir mal mit den strukturellen Sachen an. Die Seitenwände, Heckwände, Dach, aus was besteht? Ist das Sandwich? Also komplett Sandwich-Bauweise. Alles ist natürlich GFK-Sandwich, innen mit Styroform ausgeschäumt. Also kein Holzständerwerk? Nein, wir haben kein Holzständerwerk. Der Rest ist Aluminium im Aufbau. Wir haben also hier keine Holzständerwerke mehr drin. Wir haben auch viele Kleinigkeiten. Wirst du jetzt gleich an der Heckgruppe sehen, geachtet, wo passieren Unfälle und wo bleibt man mal am Baum hängen. Hier siehst du die ganzen Eckverbinder und Teileverbinder sind Einzelteile, also nicht nur die ganze Heckwand, sondern du kannst, wenn du links am Baum hängen bleibst, nur das obere Teil zum Beispiel auswechseln. Warum ist die Kiste so hoch? Also klar, sie ist vielleicht noch nicht beladen, aber die Bodenfreiheit hier, die ist ja viel besser wie bei allem, was ich je gesehen habe. Also wir haben natürlich hier das Standardfahrwerk drunter, etwas verbreitert. Du hast hier viel mehr Platz. Wir haben auch nicht absichtlich tiefer gelegt, sondern jeder kennt ja das Thema, er belädt das Ding und du hast einen Tank drunter und dann fährst du irgendwo durch den Acker oder was auch immer, bleibst hängen. Er ist etwas höher, damit hast du eigentlich hier mehr Bodenfreiheit. Denken wir an SUVs und sieht natürlich auch markanter dadurch aus. Viele haben ja, es gibt ja Camperland zum Beispiel, Stellplätze auf dem Bauernhof, da sind die Zufahrten nicht geteert und hier kommst du die entscheidenden paar Meter weiter. Die Bodenfreiheit hier, das trauen sich ja viele gar nicht mehr. Es muss ja immer der Coupé-Einstieg sein, ja. Nein, dieses Ding hier ist Nutzfahrzeugcharakter. Du kommst an jeden Stellplatz ran. Klar, wenn du umlinkt jetzt die nasse Wiese hast, das wird natürlich mit Frontantrieb ein Problem, aber die Bodenfreiheit, das sagen viele. Also das ist, guck mal hier drunter, du kannst hier drunter einfach klettern, weil du so viel Platz hier drunter hast. Da fährst du nicht Platz drunter, du hast also kein Problem mit den Tanks, du setzt nicht gleich auf. Denk doch mal alleine an das Fähren-Problem. Viele fahren auf Fähren mit ganz gemischten Gefühlen, weil wenn sie hinten wieder rausfahren oder reinfahren, sitzt der Popo des Wohnmobils auf. Hier, die Chance ist mega, mega gering, dass da was passiert. Es geht um den Rampenwinkel, also nicht die Bodenfreiheit unbedingt unterm Fahrzeug, die ist eh schon ganz gut, die ist ja begrenzt durch die Achse hinten. Aber dieser Rampenwinkel hier, der ist eh schon ein kurzes Fahrzeug. Ihr habt einen relativ langen Radstand, das heißt also, die Wendigkeit ist dadurch ein bisschen eingeschränkt, ein kleines bisschen. Aber die Rampenwinkel an der Fähre, und das ist ein Megathema, ja. Es hat ja auch nicht jeder ein Luftfahrwerk, das er aufpumpen kann, ja, jetzt hier hier drin. Ist Luftfahrwerk möglich? Ist natürlich möglich, du kannst ihn auflasten auf 4,2 Tonnen, also ganz aktuell, das ist überhaupt kein Thema. So, 4,2 Tonnen, das große Thema geht dir nämlich jetzt, ja. Du kannst ihn auflassen alle oder brauche ich ein spezielles Chassis? Nein, du brauchst das normale Fiat Chassis, wie es hier ist, mit dem Breitspurfahrwerk hinten, dann kannst du den auch aufflasten, das ist nicht die Problematik. So, das fängt an, wenn du mal gerade hier mal drauf haust, also dass man sieht, das ist jetzt kein nur GFK irgendwie außen, das ist richtiges Sandwich. Du spürst es auch, das ist zum Beispiel der Trick immer, den kennst du ja noch aus alten Zeiten, fass einfach mal die Wand an. Und wenn dahinter alles die Körpertemperatur annimmt, dann hast du eine super Isolierung. Das wissen wenige, dass man so auch früher immer die Isolierungen getestet hat. Einfach die Hand drauf lassen, ein paar Minuten und dann nimmt die die Körpertemperatur an. Damit hast du eine gute Isolierung. Ich habe was ganz Geiles, habe ich nicht mitgebracht. Ich habe eine Hightech-Wärmebildkamera von Wevor, da kann man nämlich schön die Fußbodenheizung sehen zu Hause, wo die läuft und so weiter. Diese Garage, was darf ich denn da reinpacken, weil wenn das ja alles GFK ist, dann kann die wahrscheinlich ein bisschen was. Ja, du kannst 300 Kilo zuladen. So, das heißt also ein Roller, kein Problem? Kein Thema. Sie ist auch beheizt, du kannst eine Roller reinstellen, Riffelblech und so weiter ist schon von Haus aus on board. Was total cool ist, du hast die komplette Kontrolle über die Qualität des Werkes übernommen. Das heißt also, alle Fahrzeuge, die für dich gebaut werden, da guckst du drüber. Du sagst ganz genau, was du gerne hättest und du bist nicht Empfänger eines Modells aus einer Serienproduktion. Die werden für dich gebaut? Also die Fahrzeuge werden nach unseren Vorgaben gebaut. Wir waren jetzt gerade wieder lange in Spanien. Wir ändern auch nicht die komplette Serie, was wir immer viel blödsinnig halten, sondern wir ändern die Fahrzeuge nur am Detail. Detail sind oft nur Blinker, sind Kabelführungen, wirklich minimalste Dinge, weil das Konzept als solches läuft sehr, sehr gut. Warum soll man ein gutes Konzept auch verändern? Und vor allem, wir haben immer dann den Lamarca 77, 74, 69, was auch immer. Die Fahrzeuge bleiben erstmal vom Grundriss immer gleich. Ja, man muss das nämlich sagen, denn das ist etwas ganz Besonderes. Wir haben also hier eine Bauart, die ist schon fast Manufakturqualität. Was baut denn das Werk? Ist das das Werk, was auch die Krankenwagen baut? Nein, das ist ein anderes Werk. Die, wo die Krankenwagen bauen, das ist in Cordoba. Wir bauen in der Nähe von Saragossa. Und im Moment ist die Ausschüttung ca. 200 Fahrzeuge im Jahr. Nicht mehr? Leider nicht mehr. Schade, oder? Die sind alle weg. Ja, man muss einfach sehen, wir haben dieses Konzept, wie gesagt, vor drei Jahren das erste Mal auf der CMT, auf der letzten... Kannst du mir einen Gefallen machen? Mach mal bitte gerade mal die Fahne weg. Ja, auf der CMT warst du stehen geblieben. Wollte ich nicht, weil viele werden jetzt sagen... Wir wollten eigentlich nur für uns intern so 20, 30 Fahrzeuge bauen lassen. Dann sind sehr viele Händlerkollegen gekommen, die gesagt haben, Mensch, das Ding ist ja wirklich toll, 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 toll. Heute haben wir Händler im Baltikum, Rumänien, Bulgarien, Österreich, Schweiz, Belgien, Holland. Also es läuft richtig gut, das Produkt, weil es einfach anders ist, weil es einfach eine andere Haptik hat, weil es einfach auch innen anders aussieht. Ja, die spanischen Wege sind alle nicht so perfekt. Da gibt es kleine Wege zwischen Weinbergen, wo ich dann auch mal hinfahren möchte. All das geht. Diese Bodenfreiheit, also ich komme mich ja gar nicht drüber weg. Der wird sich noch ein bisschen wahrscheinlich senken. Zwei, drei Zentimeter wird er runterkommen, wenn er beladen wird, oder? Klar, wenn du das Ding voll jetzt, dann geht er natürlich runter. Jetzt steht er relativ hoch, der ist frisch vom LKW runter. Damit sieht er natürlich etwas anders aus. Wenn ich gerade mal zeige, da ist jetzt ein Stuhl mit einer Sitzhöhe von ungefähr 60 Zentimeter, stell den mal gerade daneben, damit ihr mal den Unterschied seht. Der Stuhl passt drunter, schiebe ihn mal drunter. Das ist krank, Karl. Das ist so gut, weil das Thema Rampenwinkel, wer jemals aufgesetzt hat, ich habe bei mir bei Morello hinten ein Kunststoffteil, das dazu gebaut ist. Gut, ich habe Luftfederung. Ich kann also den Euro Cargo anheben um 15 Zentimeter, aber das ist genial. Also Luftfeder würdest du schon empfehlen, wenn jemand Komfort haben möchte hinten, oder? Ja, es kommt aufs Fahrzeug drauf an. Bei ihm brauchst du das eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht, okay. So, du baust auf Fiat, oder? Wir bauen ausschließlich im Moment auf Fiat und so soll es auch im Moment bleiben. Ja, Fiat hat den riesen Vorteil, dass die großen Änderungen, zumindest Stand heute, sind erstmal dem Fiat zuteil geworden. Also sprich, auch die tolle 9-Gang-Zf-Automatik, die gibt es nur bei Fiat. Wie sieht es aus mit Automatik? Kannst du liefern? Ja, ungefähr 20 Prozent aller Fahrzeuge sind bei uns Automatik. Wir hatten nicht viele Probleme damit. Mach mal bitte auf, denn hier können wir mal reinschauen, denn dieses Fahrzeug hier hat mittlerweile eine Geräuschentwicklung, die dem Mercedes Sprinter nahe kommt. Also das ist echtes automotives Fahren von der Geräuschentwicklung her, von der Haptik her, von allem. Die haben so viel verbessert. Beim 9er ist, glaube ich, sehr viel innen geändert worden. Das heißt, der Motor ist Final, glaube ich, jetzt. DD6 Final. Wir müssten heute den ersten 9er auch bekommen. Schauen wir mal, wie er aussieht. Von uns hat noch keiner gesehen. Ich habe auch noch nie gesehen, aber ich habe gehört, er wäre eigentlich äußerlich gar nicht so viel anders. Dann kannst du wahlweise hier sogar Full-LED. Wenn ich den so ordern möchte vom Chassis her, wie ich ihn gerne hätte, dann muss ich länger warten, oder? Ja, dann, ich sage immer, wir sind im Moment bei Wartezeiten von circa sechs Monaten. Sechs bis sieben Monate, das ist so die normale Laufzeit. Preis, wie er hier steht, was kostet er? Dann liegen wir im Moment knapp bei 80, aber da ist es schon gut ausgestattet. Wärmepaket, fast alle Pakete schon im Fahrzeug drin. Wo fängt es an? Wir fangen im Moment an bei 69 und hören bei knapp 90 auf. Nochmal, 69 für ein GFK-Sandwich. Also man muss nochmal deutlich betonen, es gibt Qualitätsunterschiede im Seitenwandaufbau. Es gibt zwar GFK, aber viele Hersteller bauen auch Ständerwerk. Funktioniert auch. Aber hier haben wir eine durchgehende Sandwichplatte. Richtig. Du hast hier also auch, du siehst das von der Hutze her, es ist alles nahtlos übergegangen. Die Hutze, auch so Kleinigkeiten, wo wir jetzt dann dazu kommen, wir lassen das Frontfenster nicht öffnen, hat alles seine Gründe dazu. Ja, kenne ich. Der Eintritt des Wassers irgendwann ist da besonders ärgerlich. Ja, und auch vor allem die Geräuschkulisse. Jeder kennt die Frontfenster. Wenn sie zu öffnen sind, haben sie meistens Spalten außenrum und machen natürlich immer Pfeifgeräusche. Das hast du hier nicht. Und da geht das Besondere dann beim Möbelbau bei ihm weiter. Karl, du warst besonders erfolgreich im Sachendesign. Du hast weniger als mehr gemacht, aber das Ganze hast du aufgewertet. Wer kam denn auf diese Stromlinienform? Hast du die mitentwickelt? Also wir haben die mitentwickelt. Muss man natürlich sagen, die Spanier waren da richtig führend. Und unser Partner in Spanien ist seit gut 40 Jahren in dem Geschäft. Wir sind seit fast 30 Jahren bestbefreundet. Und unser Hobby ist auch, wenn wir irgendwo bei Vino und ein bisschen Iberica-Schinken sitzen, über Wohnmobile zu plappern. Und da fällt uns immer wieder was Neues ein. Was ich cool finde, hier sieht man noch ein bisschen von der Dichtmaße hier. Das ist immer, ich sage mal, ein Qualitätsvorteil. Der kam gerade, der hat noch keine Endabnahme bekommen, gell? Da ist noch gar nichts passiert. Fürs Video hast du den mal hier reingefahren? Die waren dann für das Video reingefahren und für eine andere Pressegeschichte. Die waren damit eine Stunde unterwegs und waren total begeistert von der Geräuschkulisse innen, dass es keine gibt. Das klappern, das ist Hammer, oder? Das heißt, wir reden 69 und dann die Qualität. Ja, kommt natürlich oben on top bei den 69, je nach Chassis, nach Ausstattung, Länge des Fahrzeugs. Aber so beginnt es bei La Marca. La Marca bedeutet, du hast ein Händernetz mittlerweile entwickelt. Du könntest die Fahrzeuge fast alleine verkaufen, aber die Händler sind sehr wichtig für dich, oder? Die Händler sind immer wichtig, vor allem wegen Service-Netz, Dichtigkeitsprüfungen etc. Und wir wollen den Namen natürlich mit La Marca ein bisschen weiter ausbauen. Wir haben ja auch die Vans mittlerweile im Programm. Es kommen immer mehr Produkte dazu, wo man einfach sehen muss, das ist für uns in Zukunft schon sehr, sehr, sehr wichtig. So, hier sieht man sehr schön. Der hat schon Final 6D. Das Ganze kostet hier, wie hier steht, 87.620 Euro. Wenn ich ein gebrautes Reisemobil habe, nimmst du welche in Zahlung? Wir nehmen alles in Zahlung, kein Thema. So, es fängt an mit dem Einstieg. Und das haben wir ja auf den Messen schon gesehen. Du hast natürlich eine Lippert-Trittstufe verwendet. Das ist auch nochmal ein Qualitätsmerkmal, die da ist. Die Aufbautür, maximale Breite, die Höhe für große Menschen geeignet. Das ist aber auch für kleine Menschen ein Hammer. Denn das Raumgefühl, du fühlst dich nicht wie in einer Sardinenbüchse, oder? Ja, das ist ganz wichtig. Viele Leute wollen Raum, 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 Raum. Und da haben wir natürlich hier sehr, sehr großen Raum. Bei denen hier absichtlich auch mal das Hubbett weggelassen. Boah, ist das toll, oder? Es ist gleich ein richtiger Tanzsaal vorne. Kannst du Party feiern. Also, mein Tipp ist übrigens, wenn ihr das Hubbett wirklich nicht braucht, dann lasst es weg. Sagt nicht an den Wiederverkauf. Also, ist es euer Auto, nicht das des Wiederverkäufers? Das kommt, oder? Wie denkst du? Absolut. Du fährst drei, vier, fünf Jahre Hubbett spazieren, was du nicht brauchst. Kauft dir einfach das Fahrzeug konfiguriert, wie man es will. Ein Käufer fürs Gebrauchte, der sucht sich auch immer das Fahrzeug, was er will, mit oder ohne Hubbett. So, wir zeigen mal. Es fängt an beim Tisch. Das ist kein Serientisch, den du verwendet hast. Den habe ich so oder so ähnlich nicht so oft gesehen. Denn du bist ja ein etwas beleibter Mann, das weißt du. Und ja, aber es geht ja darum, viele Fahrzeuge sind für etwas kräftigere Menschen ungeeignet. Und du hast dir dieses Fahrzeug gebaut, weil du gesagt hast, wenn ich da durchkomme, dann, ich sag mal, sind ganz viele Leute, die ein bisschen kräftiger sind, die sind einfach happy, weil die müssen sich nicht irgendwie durchdrücken, durchschieben. Ist das hier ein Wunsch gewesen für große Menschen, für kräftige Menschen, mal ein Fahrzeug zu bauen? Also wir sind ja auf vielen Messnern unterwegs. Und das Erste, was die Leute immer sagen, ja, und ich habe hier keinen Platz und der Tisch und das ist alles schon hier und ich komme da nicht rein. Auch große Menschen mit großen, wir sagen in Bayern, Haxen, haben da meistens keinen Platz. Hier siehst du jetzt, ich bin hier drin und wirke eigentlich relativ klein schon. Weil wir hier einfach Raumgefühl haben, richtig Raum. Und das ist wichtig. Hier hast du Lebensraum. Du kannst zu dritt, zu viert hier wunderbar sitzen. Im Übrigen sind die dann auch in der originalen Lederfarbe überzogen. Nur so zur Info. Ich würde die auch so nehmen, ganz ehrlich. Also die sind, das sieht gut aus. Also ich bin ganz, ganz beeindruckt. Hier ist sogar die Neungang Automatik mit drin. Sag mal, ihr habt beim Leder auch wieder Gas gegeben, oder? Ja, wir haben das ein bisschen weiterentwickelt. Du siehst, wir haben zwar die gleiche Farbe, aber mit jetzt schönen Steppnähten drin. Das sieht natürlich ganz edel schön verarbeitet aus und fasst sich natürlich auch toll an. Das Material ist Algovia. Das hat die Besonderheit, wenn du jetzt hier Wein draufschüttest, dann nimmst du einfach lauwarmes Briegelwasser, wisch das drüber weg und es ist sauber. Also bloß nicht ruppeln, das ist der große Fehler, sondern einfach wegwischen. Und oft auch diese Polster, das hast du auf der Messe schon gesehen, da waren tausende Leute drauf mit Jeans, mit allem. Die sehen bei uns immer aus wie neu. Zweite Algovia-Eigenschaft, sie nehmen die Körpertemperatur an. Also du magst nicht im Sommer, wenn du aufstehst, sondern die nehmen innerhalb von ein paar Sekunden die Körpertemperatur an. Und du merkst jetzt auch, es gibt da keine Geräusche. Der Schaum, wie ist der? Ist der langlebig? Der ist richtig langlebig. Du siehst, ich bin ja so jenseits der 100-Kilo-Grenze. Das sind Formmatratzen, siehst du, die gehen sofort wieder zurück. Auch wenn ich drauf sitze. Also man kann, wenn man etwas Billiges bestellt, immer billig bauen, das ist so. Aber ihr habt in den wesentlichen Facts nicht billig gebaut. Im Gegenteil, das fängt an mit dieser Kopfstütze, die richtig schick ist. Die kriegst du bei anderen gar nicht. Billig ist immer eine Geschichte. Billig kaufst du einmal und zweimal. Weil du wirst billig immer durch irgendwas anderes ersetzen. Wie bei Klamotten. Wenn du dir für 5 Euro ein T-Shirt kaufst und wäschst es, ist das meistens so. Kaufst du ein bisschen mehr, hast du eine bessere Qualität. Kannst du öfters waschen. So ist auch unsere Philosophie bei La Marca. Die Qualität, du kannst überall anfassen. Steh mal bitte auf, Karl. Kann man den Tisch drehen eigentlich? Den kann man drehen, der ist bloß jetzt festgemacht. Ist festgemacht, okay. Für die Showroom. Dann hast du hier diese Einzelsitze, Face-to-Face-Sitzgruppe. Wenn du mal gerade so lieb bist, komm mal hinter mich bitte. Dann kann ich dich interviewen. Geh ruhig mal hoch. Und dann schieße ich mal gerade ein Bild in den Raum rein. Und wir werden gleich mal sehen, der Karl hat das Fahrzeug für große Menschen gebaut. Stehhöhe hier drin? Wir haben Stehhöhe bis 1,90. Beziehungsweise vorne sogar 1,94. Ohne Probleme. Wir haben auch die Bettenlänge hier auf 1,98 und 2 Meter verlängert. Krass. Du hast zugehört, oder? Ja, selbstverständlich. So, und das war dann, was ich total toll finde, Karl, ist das neue Can-Kombi-Gerät. Du bist ja viel unterwegs in der Türkei und die Türken, die bauen ja wirklich wunderschöne Sachen. Und ist das nicht schön? Aber es funktioniert auch gut, oder? Es funktioniert erstens mal gut, weil du hast mehr Hitze auf den beiden Kochern drauf. Und du kennst das Problem ja mit diesen drei Platten. Natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ich will hier die drei Kocher drin haben und klassisch mit normalen Spülbecken bauen wir auch. Aber wir haben es noch nie verkauft, weil alles natürlich begeistert ist von dieser Anordnung. Ich habe überall Platz. Die beiden, da bringe ich richtig Pfanne drauf. Da kann ich richtig köcheln. Ich kann alles darüber reinschütten. Im Übrigen, die Platte hält bis 400 Grad aus. Das ist hier nicht das Problem. Das ist auch wieder korean. Dann Spritzschutz, alles mit Silikon verarbeitet. Du kannst also hier wirklich mal ein bisschen arbeiten. Und dann haben wir natürlich hier diese Tischverlängerung auf der Seite, wo man auch notfalls gleich alles weiterleiten kann. Und die ist richtig stabil. Du hast nämlich hier außen im Bereich, wie nennt man das, Regalbau, hast du diese Stahlauszüge hier drunter gebaut. Und das Ganze hält auch. Kommen wir mal zu dem Thema Schubladen. Da kann man viel falsch machen. Ihr habt richtige Auszüge, Schwerlassauszüge hier eingebaut, Teleskopauszüge. Du hast richtig große Teleskopauszüge drin und vor allem mit einem richtigen Volumen, wie du siehst. Du bringst also hier mal wirklich dein ganzes Geschirr raus. Viele sind ja immer nur fake. Du ziehst ein bisschen aus und hast so viel Platz. Also du hast hier also wirklich mal große Schubfächer. Hier bringst du auch mal eine große Pfanne rein für zwei, drei, vier Schnitzel, was auch immer. Was ich geil finde, du siehst keine Möbelverbinder. Ihr habt ein bisschen anders gearbeitet, oder? Ja, das ist natürlich das Besondere hier. Wir haben keine Möbelverbinder und wir schrauben nicht im herkömmlichen Stil die Fahrzeuge zusammen, sondern wir dübeln die Fahrzeuge. Und wir haben ein Verkantsystem drin. Das heißt, wir haben überall Dübel, die du nicht siehst, hinter den Wänden und wir verkanten so die Möbel. Somit hast du natürlich während dem Fahren eine ganz andere Stabilität. Weniger Geräusche. Ja, das ist das Erste natürlich. Es macht nicht... Und es zieht sich natürlich durch wie ein roter Faden bis zu den Oberschränken. Guck dir mal die Scharniere an, guck dir mal diese Mordsdinger an. Keine Möbelverbinder an der Seite. Nichts mehr. Es fällt auch nicht irgendwelche Plastikkappen runter oder sowas. Das kennen ja die meisten. Da liegen die Kappen immer bloß im Fahrzeug oder es schauen überall Schrauben. Überall. Habe ich schon so oft gesehen. Ich komme mir vor wie bei QVC. Aber es ist wirklich so. Guck mal auf dem Messen. Da liegen diese hellbraunen Kappen. Die lösen sich von selber irgendwann mal. Und da siehst du auch den Wandaufbau. Klemm ich auf. Ja, da siehst du natürlich den Unterschied. Normalerweise würde jetzt bei den meisten Herstellern hier irgendwo immer Schrauben sein. Und Aufkleber drüber, der irgendwie schief ist oder sonst was. Das gibt es hier nicht. Wir haben hier nur ein paar Servicestellen, die wir einfach brauchen, um den Schrank wieder wegzuschrauben. Wenn mal was sein sollte. Aber du siehst überall, hier zum Beispiel, haben wir diese Verbinder drin. Aber sonst ist das Ding eigentlich nach außen schraubenlos gebaut. Die sind aber so gut, die Aufkleber, dass man, hättest du es mir nicht gesagt, ich hätte es nicht gesehen. Ja, das ist wichtig. Weil du sollst natürlich auch das Gefühl haben, dass das Ding nicht aus dem Bastelstall oder Ikea ist, sondern wirklich eine Qualität auch beim Bauen ist. Da haben wir mal einen. Das heißt, ihr habt die Decke jetzt mal verbunden mit einem Möbelverbinder. Der ist elastisch. Es gibt bestimmte Bereiche, aber die Schränke und Schubladen... Das musst du hier natürlich machen, weil du hast hier einen Kühlschrank dahinter. Du kannst hier die SAT-Anlage mit integrieren und in den Receiver oder WLAN oder was auch immer. Dann musst du die Wand natürlich ein Stückchen weg machen. Dafür ist es da. Also zu Servicezwecken. So, die Serviceverbinder haben ja auch was Gutes, sie sind elastisch, sie funktionieren an sich ganz gut. Aber du weißt selber, wenn man Schrauben in Holz dreht, das hält nicht die nächsten 100 Jahre. Und deswegen habt ihr die meisten Sachen auch verzapft. Okay, verstanden. Wenn du das mal einklappen kannst, das ist für mich nun mal Feeling Vorführeffekt, weil du hast nämlich zu mir gesagt, bitte frag mich nicht, wie man irgendwas bedient. Ich kümmere mich darum, dass die Sachen pünktlich kommen, aber du hast es geschafft. Sieben Punkte für Karl. Danke. So, dann vielleicht mal nochmal zum Thema. Du hast mir eben noch gesagt, die ist jetzt mal fest verklebt. Aus der Erfahrung raus, dass ihr sagt, das ist ein riesen Schwachpunkt, ist dieses Panorama-Fensor. Man muss ja anfangen bei der Geschichte, wie ist Lamarca entstanden oder dieses Fahrzeug entstanden. Wir haben viele, viele hunderte von Kundinnen befragt, speziell Kundinnen. Was stört euch bei den Reisemobilen? Zu allen möglichen Marken, Roller-Team, Hümer, was der Teufel alles. Da war eines der Themen, war immer wieder dieses Frontfenster, dass die Frauen gesagt haben, ach, das rauscht und mich stört das Pfeifen und wir sind da hunderte Kilometer unterwegs und man versteht sein eigenes Wort nicht. Dann haben wir diese Fenster festgemacht, haben die ersten Versuche gemacht und du hast jetzt im Prinzip keinerlei Geräuschkontesse mehr. Das ist einmal der erste große Vorteil. Natürlich auch der Nebeneffekt ist, Wasser, Dichtungen und so weiter, dieses Thema kennen wir hier nicht. Ihr habt das Baldachin-Fenster, also der Baldachin drüber, das ist sehr schön, ist auch beledert, sehe ich gerade. Das ist schön gemacht. Dann kannst du das hier verdunkeln. Du brauchst natürlich keinen Fliegenschutz mehr, aber es geht eh nicht auf. Habe ich übrigens bei vielen Herstellern gesehen, im Kastenwagen-Bereich, da sind die nicht mehr zu öffnen. Also gerade bei Carthago zum Beispiel. Also die haben viele jetzt auch komplett geschlossen. Dann, was natürlich schön ist, ist auch die Integration. Ihr habt endlich nicht mehr vorne diese Zuzieh-Dinger, sondern ihr habt euch hier für eine sehr, sehr tolle Lösung entschieden. Und da werden jetzt viele sagen, red doch nicht so ein Scheiß, Herzog. Stimmt gar nicht. Ihr habt einen Isolationsvorhang. Der Riesenvorteil ist, du stehst in der Stadt an der Seite, du hast die Dinger zu. Wenn du diesen Vorhang zu hast, ist erstmal schwarz da drin. Das heißt, die Leute sehen erstmal gar nicht, dass da jemand ist. Und du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst ihn entweder vor die Sitze machen oder hinter die Sitze. Genau. Also das ist natürlich immer wieder wie Henne und Ei. Was war zuerst da? Die Leute, die diese Jalousien reinbauen, sehen wir natürlich immer wieder bei uns im Service, weil die sich verknuddeln, verknacken, nicht aufgehen, hängen bleiben und so weiter und so fort. Und also richtiger Wärme- oder Kälteschutz sind sie ja nicht. Die Vorhänge ist eine gut Old-Fashion-Geschichte. Damit hast du natürlich die Möglichkeit, die gute Isolation herzustellen. Es geht teilweise auch viel schneller. Es sieht auch schicker aus, meiner Meinung nach, aber da scheiden sich die Geister. Man kann natürlich die Fahrzeuge bestellen mit Jalousien oder ohne Jalousien, mit Vorhang oder ohne Vorhang oder auch beides. Aber die Leute, wo den Vorhang wieder drin sind, sind eigentlich alle sehr, sehr happy. Ich bin großer Fan vom Vorhang, weil die größte Kältebrücke, die kann man eben nicht beseitigen, ist das Fahrerhaus. Das ist schon besser geworden bei Fiat. Also die Isolierung ist viel besser geworden. Früher konntest du auch während der Fahrt, brauchst du die Heizung immer auf 100 Prozent. Das ist alles vorbei. Was ist denn das für ein kleiner Regler hier? Was kann der? Also wir haben hier vorne einiges untergebracht. Du kannst auf der einen Seite USB-Steckdosen, du kannst Temperatur einstellen. Du hast also hier die verschiedensten Möglichkeiten, was wir teilweise an Schaltern versteckt haben. Sehr schön. So und jetzt kommt es. Für große Menschen bedeutet auch, ihr habt den Kühlschrank hochgesetzt, damit man sich nicht bücken muss. Und ihr habt den großen, riesen Tower hier eingebaut. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, den hier unterzubringen. Das kennt man üblicherweise nur aus dem Liner-Bereich, diesen Kühlschrank hier. Und wir reden wirklich im Einstiegssegment. Bei 69 ist dieser Kühlschrank dabei? Ist er auch schon dabei. Ist auch die Dunstabzugsraube schon dabei? Schon dabei. Ist da vorne das Panorama-Ding dabei? Das ist auch schon dabei. Lenkrad? Lenkrad? Lass mich überlegen. Manchmal ja. Manchmal ja. Also auch die Küche, wie sie hier aussieht, ist dabei. Das heißt, die ganzen Extras, die ich hier kaufe, wahrscheinlich der größere Motor, die Automatik, die ich dann habe. Aber das Winterpaket. Winterpaket heißt? Isoliert, beheizt? Isoliert und beheizte Abwassertanks. Also Rohre sind komplett beheizt. Also es ist wirklich wintertauglich bis zu minus 25, 30 Grad. Hast du die Vorläufer für dich selber alle mit Winterpaket gemacht? Alle. Alle. Alles. Okay, das heißt, also das würdest du schon empfehlen. Hast du einen Raumtrenner hier mit der Tür? Kannst du zumachen? Du hast da vorne die Tür nochmal drin, zum Zumachen. Ja. Kannst du beidseitig oder einseitig machen. Du hast hier nochmal eine Tür mit drin. Ne, wenn du jetzt die Klotür schließt, geht das? Ja, klar. Das geht. Das ist eine Raumtür. Genau. So, und da sieht man die Spanier. Ich darf das mal zeigen. Die haben eine abschließbare Tür gemacht. Ja, das hast du bei den meisten deutschen Fahrzeugen nicht. Das sind alles so Kleinigkeiten. Da bist du jetzt gar nicht mehr drauf gekommen, oder? Das ist für dich schon Standard, oder? Das war für uns Standard. Also, aber danke für den Hinweis. Ja, aber dass man die zumachen kann, die kannst du von innen nämlich abschließen. Und wenn der Sohn das macht, dann kann man die immer noch mit einer Münze nochmal öffnen. Aber das heißt für die Leute, bitte lasst mich jetzt mal in Ruhe. Ihr habt eine richtige Tür. Sag mal, Karl, warum ist da immer so fünf Meter Raum drüber? Könnt ihr das zubauen, oder darf man das nicht? Hier, meinst du von der Dusche? Ne, ne, wenn ich jetzt die Tür zumache, dann ist da ein Riesenspalt da oben. Oder ist das Pflicht wegen der Entlüftung? Also, Pflicht gibt es eigentlich keine mehr. Da scheiden sich die Geister zwischen TÜV, Abnahmebehörde und so weiter. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Die Spanier sagen, es wäre keine Pflicht. Wir sagen, machen wir einfach mal so. Aber da wird es auch Lösungen in der nächsten Zeit, was Neues geben. Das heißt, also die Werkstatt könnte da Abhilfe schaffen, wenn einer sagt, hätte ich gern zu, bitte an euch wenden. Da würdet ihr ein Holz organisieren, was da oben reinpasst. Denn das ist mir nämlich aufgefallen, wenn jemand sehr, sehr ruhig sein will, macht er einfach die zweite Tür zu. Und die ist ja komplett zu. Mach mal bitte zu, die zweite. Das ist eine laufende Tür. Zweiteilig fest natürlich. Und jetzt ist schon, wenn du mal gerade zumachst, die andere Tür zu. Geh mal dann ganz rein und brüll mal. Also die zu, erst mal die zu, genau. So, und ganz zu, mach mal ganz zu. Da ist noch ein kleiner Spalt hier, guck mal. Ja, so ist gut. Und jetzt die andere zu. So, jetzt sag mal was. Also ein bisschen höre ich ihn noch. Aber nochmal bitte. Okay, 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 okay. Alles gut? Hallo? Ja, es ist ja gut, es ist ja gut. Also das heißt, die Entkopplung habe ich, vorne kann einer Fernseh gucken, hinten kann einer schlafen. Ist eigentlich ideal aufgebaut so. Man hat hier wirklich auch Platz, wenn man dazwischen steht. Man kann die Schiebetüren zumachen. Meistens lässt man die ja offen, wenn man im Bad ist. Das sind also immer die unterschiedlichen Gewohnheiten, was natürlich jeder hat. Schön. So, Badezimmer. Komm, komm, wir schließen uns mal ein. Lass mal sehen. Jetzt habe ich ein richtiges Raumbad. Ich kann auch die andere Tür, könnte ich jetzt zumachen, ist klar. Dann hast du eine feste Duschtür. Du hast hier eine feste Duschtür, die ist auch richtig groß gemacht. So, und jetzt hat man nämlich unser Model Karl. Und du hast es für dich selber gebaut. Weil die Tür geht sogar nach außen rund, damit du den Platz auch noch hast. Damit mein Bäuchlein auch untergeht. Aber ich ziehe mich jetzt nicht raus, ich bleibe einfach so. Du hast also hier wirklich Platz. Kopffreiheit auch. Kopffreiheit. Wir haben hier natürlich das Thema längere, größere Menschen, breitere Menschen, so wie ich. Du kannst hier auch normal die Dusche noch bewegen. Darf ich mal zeigen, du hast das 13 Euro Modell genommen und nicht das 3 Euro. Richtig. Wenn schon, denn schon, dann richtig. Und du hast hier einfach auch Platz. Du kannst hier richtig duschen herin, du lehnst dich zurück. Du hast Platz, du hast die Vertiefung drin. Es schmutzelt nichts nach außen, es läuft nach innen ab. Es ist wirklich bedacht auch für größere, schwerere, breitere Menschen, aber natürlich auch Menschen wie dich. Dankeschön. Ich bin ja etwas groß. Bettenmaß, du hast es eben schon erwähnt, über 2 Meter? Wir haben 1,96 und 2 Meter. Und 2 Meter. So, dann habt ihr alles schön verkleidet. Magst du mal für mich hier mal so ein Rollo mal aufmachen? Hier unten, Karl. Ich liebe das immer, mit dir zu filmen. Weil du so klein bist. Und dann zeigen wir das mal. Das kannst du komplett öffnen. Und jetzt, es geht noch weiter auf? Oder ist hier Wahlabend? Es geht weiter auf. Es geht weiter auf. So, das heißt, das kann ich komplett öffnen. Hier kriege ich komplette Euroboxen rein. Das finde ich ziemlich cool, weil die Öffnung sich komplett öffnet. Du hast ganz oft, da kommst du nicht ran. Jetzt kannst du von der Garage auch nochmal ran. Ja, du kannst von hinten rein. Und wir machen natürlich die ganze Geschichte auch aus Hunde-Version. Weil viele Hundebesitzer sagen, wir wollen nach hinten offen haben, wo der Hundi durchläuft. Dann gibt es auch eine Version hinten mit einer Hundeklappe drin, wo der Hund hin und her spazieren gehen kann. Okay, verstanden. So, die Sache auf der anderen Seite, da habt ihr es ein bisschen anders gelöst. Da ist eine Tür drauf. Und da habe ich eine Stange. Ja, ist eine Stange drin. Also ein Kleiderschrank. Ein Kleiderkasten. Und kann man das Bett mal hochheben, die Bandratze? Also richtiges Lattenrost. Anheben kann man es nicht, oder? Du kannst es anheben. Du kannst es anheben, okay. Das heißt, du hast hier also nochmal Stauraum. Auch nochmal rein zu tun. Okay. Du hast dann natürlich hier die Fächer unter den Trittstuben kannst du nochmal benutzen. Es gibt eine zweite Version, wo du auch hier Schränke dazu bestellen kannst. Okay. Dann hast du hier nochmal Schränke, aber macht natürlich weniger Platz. Weniger ist mehr manchmal, oder? Gerade im Schlafzimmer. Ja, das ist so. Man muss sich ja da mal bewegen können. Kann man die Oberschränke auf Wunsch, wenn ich eine Einzelversion habe, weglassen? Oder sind die strukturell? Du kannst sie grundsätzlich weglassen. Also wenn ich sage, ich hätte die gerne da oben, weil das stört mich beim Reinen rausgehen. Also ich bin so einer, klar, die meisten werden das genauso bestellen, wie es hier ist. Aber weißt du ja, wenn du dich mal hinsetzen willst und willst mal hinten dagegen lehnen, das kann man weglassen. Du kannst es weglassen, das ist nicht das Thema. Du kannst auch nur die einzelnen Schränke in der Mitte stehen lassen. Du kannst die Eckverbinder rausnehmen, also das ist kein Thema. So, dann ganz wichtig ist natürlich die Toilette. Auch hier habt ihr Riesenmaße. Die Toilette kann man drehen, kann die dort hinsetzen, sodass ich Bein frei habe, pur. Und ja, ihr habt auch hier wieder ein tolles Spülbecken reingemacht. Ja, Spülbecken finde ich wieder mal ganz klasse. Wir haben lange überlegt, ob wir eine normale weiße Version reinmachen. Aber wir haben das Thema fortgesetzt von der Küche und ich finde, das sieht also auch recht gut aus. Wir haben zu den anderen Lamarcas jetzt auch die Spiegelschränke innen beleuchtet, was jetzt in der Serie auch alle anderen Fahrzeuge betreffen wird. Aber 69 geht es los? Ja, ja, aber 69. Okay, ab jetzt 69. Gott. Du hast in dem Moment viele, guck mal hier, dieser Riesenspiegel, der ist, guck mal den du da hast komplett. Du hast dir überlegt, man kann, in der Pandemie waren ja Reisemobile schwer lieferbar, bei dir ja auch, ja. Du hattest ja einfach die Preise erhöhen können, ja. Du warst aber sehr vorsichtig, weil du wusstest damals schon, das wird nicht ewig so weitergehen, dass die Leute dir jedes Reisemobil vom Hof reißen werden. Hat es vielleicht der eine oder andere Hersteller ein bisschen übertrieben mit den UVPs? Ich glaube nicht unbedingt die Hersteller selber, sondern die große Problematik war zum Beispiel die Chassishersteller, die haben natürlich schon kräftig mitgewirbelt. Wir sehen es zum Beispiel jetzt auch immer noch bei einem Kastenwagenhersteller, mit dem wir arbeiten. Da bekommst du Montag eine E-Mail, da steht drin, 20 Chassis sind fertig. Und wir sagen dir, die gute Nachricht zur schlechten Nachricht, die kosten jetzt 8.000 Euro mehr. Und der Nachsatz ist take it or leave it. Und das ist halt leider die Problematik. Sonst, ich glaube, dass wir eigentlich die schlimmste Preiserhöhungsphase hinter uns haben. Ich glaube, es wird eher das große Problem, wieder Fahrzeuge zu bekommen. Was ja ganz neu ist, ist die Information von Ford, dass Ford nicht mehr diese Stückzahlen liefern wird. Also viele Hersteller haben das Problem ab sofort, und das ist kein April-Scherz, Ford auszuliefern. Wir haben die ersten Hersteller, die jetzt von Ford schon wieder auf Fiat umsteigen müssen. Ja, es gibt nämlich ein Problem in der Türkei, grundsätzlich ja auch, da gab es ein großes Erdbeben. War Ford auch betroffen davon? Ford, glaube ich, war nicht betroffen, aber das Ford-Werk zieht um und wird umgebaut. Warum auch immer mitten im Jahr, das ist eine tolle Entscheidung. Aber uns betrifft es mit anderen Herstellern jetzt massivst, was wir vor ein paar Stunden erfahren haben, dass also viele Ford storniert oder in Fiat umgewandelt werden müssen. Krass, und Fiat hat ja, ist das neue Werk am Laufen in Polen mittlerweile? Ja, so einigermaßen wohl. Okay, also das kommt. Wir werden auf jeden Fall jetzt demnächst viel mehr Fiat sehen. Also das ist schon komisch, oder? Es gab keine Fiat. Ich mache mal auf und jetzt gibt es Ford. Also tolles Fahrzeug. Warum brauchen wir hier für 37 Minuten für ein 69.000 Euro Fahrzeug? Weil du alles anders gemacht hast wie der Rest. Du hast trotzdem die Kirche im Dorf gelassen. Du hast Manufakturqualität aus Spanien. Wirklich. Also das, was ich sehe, das hat aber auch die Fachpresse gesehen. Also wenn die deine Autos testen, die fahren ja damit über Kopfsteinpflaster, über Feldwege und so weiter. Prüfen denn, wie das rappelt und sind regelmäßig begeistert, oder? Ja, also alle großen Testzeitschriften haben uns eigentlich sehr, sehr weit und sehr, sehr gut bewertet. Also über die Maßen sehr gut. Teilweise war vorgesehen ein halbseitiger Bericht. Dann sind es sieben Seiten geworden, was uns natürlich sehr freut. Nicht nur in Deutschland, auch sehr stark in Rumänien läuft das Produkt. Bulgarien, Ungarn, Österreich, Schweiz. Und jetzt schauen wir, dass wir unsere Stückzahlen erhöhen, damit wir ein bisschen in andere Länder auch noch kommen. Also mehr als 40. Wie viel war es? Jetzt sind wir bei fast 200. 200. So, also wenn ihr einen haben möchtet, dann stelle ich dir die ultimative Frage jetzt, lieber Karl. Komm mal zu mir. Kann man dieses Fahrzeug, hast du welche vorgeordert? Du bist ja der Hersteller. Deine Händler haben ja auch ordentlich vorgeordert. Hast du denn hier in Landsberg am Lech welche? Zum Anschauen haben wir schon was da, um die politische Frage zu beantworten. Zum Mitnehmen? Nein, leider nicht. So, das heißt bestellen und dann sechs bis acht Monate? Also im Moment sind wir im Übergang drittes auf viertes Quartal, von jetzt an 1. April ausgerechnet. Da sind wir noch gut in die Zeiten, was sich dann bei Fiat ändert oder was auch immer, kann ich leider nicht sagen. Also was auch ein tolles Prädikat ist, ist immer mobile.de. Wenn du da guckst, was gibt es so gebraucht? Du kriegst so gut wie keine gebrauchten aktuellen Damarkas. Also es ist richtig krass, aber es liegt am Preis-Leistungs-Verhältnis. Klar, wir sind jetzt hier ein Werbesender, aber ihr könnt euch selber ein Bild machen, guckt euch Massenfertiger an. Die sehen von außen leider ähnlich aus. Also da ist auch ein Fiat-Triebkopf oder ein Citroën oder irgendwas dahinter. Aber die Unterschiede sind doch nicht nur marginal, die Unterschiede sind substanziell, oder? Absolut. Man muss natürlich sehen, das Produkt wird anders gebaut, hat auch die doppelte Bauzeit, fast wie ein herkömmliches Recht. Die doppelte Bauzeit? Fast die doppelte Bauzeit. Da reden wir nicht über 20 Stunden, oder? Nein, wir reden also fast um vier, fünf Tage. Und das ist eine sehr, sehr lange Zeit in der Produktion. Aber wir wollen das auch beibehalten, wir wollen die Preise so behalten. Es wird die eine oder andere kleine Änderung geben, aber es soll unser Baby so bleiben und es soll so weitergebaut werden. Was ziemlich cool ist, ich kenne das aus Polen, da war ich am Werk, habe da gefilmt für Affinity. Die können sehr schnell, wenn die merken, dass sie in der Produktion oder in der Entwicklung Mist gebaut haben. Das ist dir wahrscheinlich auch schon mal passiert. Hast du eine tolle Idee, dann werden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert und dann kriegst du Kundenrückmeldungen. Ja, so gut war das jetzt doch nicht und so weiter. Du kannst sehr schnell umstellen, oder? Wir können nicht so schnell umstellen, wie es vielleicht gedacht ist, weil wir die Serie schon sehr gut durchdacht haben. Aber natürlich, wir haben auch die Idee gehabt, wir bauen ein französisches Bett und darunter eine Garage. Und dann links davon das Badezimmer, was auf dem Plan super ausgesehen hat und wir aus Innovationen produziert haben. Das erste Fahrzeug war dann für uns der hausinterne Flop, weil du konntest nicht mehr ins Badezimmer gehen, weil die Garage davor stand. Hatte ich mal bei Morelo, da haben sie die Tür beim ersten, was war das, Alkhofen zum Bett. Die haben sie mal, nachdem die Messe fertig war, um 20 Zentimeter breiter gemacht, weil die dann gemerkt haben, auf einmal, das war gut gedacht. Und der ging auch gar nicht so in die Serie, sondern die haben sogar das Messefahrzeug umgebaut. Und ich glaube, die Messe ist auch ganz wichtig als Feedback, oder? Ja, klar. Wir haben einen italienischen großen Hersteller im Programm. Wir hatten vor drei Jahren ein Produkt mit ihnen geplant, mit einem Queensbett und da vorne eine Schiebetür. Und was dann passiert ist, war der Flop für uns pur. Das Bett war länger wie die Schiebetür. Echt? Wir konnten auf der Messe nichts mehr zumachen. Wir konnten die Schiebetür nicht mehr zumachen. So, es stürmt. Wir haben den 1. April tatsächlich Samstag 2023. Wir sind bei dir auf dem Hof. Du hast drei Standorte. Blickt man da noch durch als Kunde, wo man hinfahren soll? Doch, doch. Wir haben es nach Marken ein bisschen getrennt. Wir haben Haus 2 zum Beispiel. Es ist hauptsächlich Vans, Rollerteam. Da haben wir sieben verschiedene Van-Hersteller im Moment im Programm. Eigentlich alles, was wichtig ist. Rollerteam, Mobilwetter, Furgog, Jotty-Van und so weiter. Und hier, was ist hier hauptsächlich? Hier in dem Haus haben wir Lamarca, Mobilwetter, Notan, Florett und Challenger. Florett habe ich gezeigt. Im Ruhrgebiet. Ein kleiner Florett-Händler, der da ist. Und die sind durch die Decke gegangen, die Videos. Ich habe noch nie vorher Florett gedreht. War richtig geflasht von der Qualität. Passt doch ins Bild, oder? Ich sage mal so, Notan und Florium. Haben die was miteinander zu tun? Die haben überhaupt nichts damit zu tun, außer dass sie beide Franzosen sind. Aber es ist eine komplett andere Bauart. Ich würde fast sagen, Florett ist das französische Mobilwetter-Pendant. So, sagt Karl Schlössel. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Lust habt, kommt nach Landsberg am Lech. Und das Ganze einfach googeln. La Marca und Landsberg am Lech. Und dann kommt ihr schon drauf. Tschüss, danke.